Willkommen zurück, Leute, zu Lego Harry Potter, der Feuerkelch, der vierte Teil. Oh, oh, schaffe ich das? Schnell durch, schnell durch, Hagrid. So, wunderbar. So, ich muss das Stück hier nochmal ein bisschen nachspielen, weil uns so nicht gespeichert und dann muss man das nochmal machen. Ich bin fangen, wollte ich gar nicht. Ich will numosen und das Ding hier wegmachen. Ja, geh weg, numos. So, das bauen wir jetzt nochmal. Wir haben uns einen Pilz gebaut. Hagrid macht seinem Hund schon mal den Weg frei. So, dann mach mal. Ja. So eine Kiste, die ja nichts brachte irgendwie. Gucken wir nochmal hier unten, was hier noch so ist. Wäre schön, wenn das Level auch bald vorbei ist, damit diese hysterische Musik aufhören kann. Da haben wir schon die nächsten Drachen. Das ist ja Harrys nächste Aufgabe. Das möchte Hagrid uns damit ja sagen. Ach, die hatte ich auch noch nicht. Okay. War hier noch eine. Komische Sumsebiene habe ich auch gleich erledigt. Oh, oh. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Schnell weg. Was bauen wir uns hier? Fang. Macht keinen Unsinn. Er macht hier wieder die, äh, Dings runter. Schnell alles einsammeln. So, was ist mit dem Drachen? Der sinkt? Okay, der... Der Drache sinkt. Und deswegen können wir da wahrscheinlich nicht vorbei. Gut, dann wollen wir mal irgendwie... Ah. Das ist ja cool. Ich glaube, wir sollen das nach... Rot-Gelb, ne? Ach, der zeigt die Noten an. Ja, dann machen wir das mal. Ja. Grün-Gelb-Blau sinkt er. Rot-Gelb-Blau-Grün war das, glaube ich. Ja. War nicht so einfach hier mit dem Ding gerade zu spielen. Äh, wie, jetzt schläft er, weil er gespielt hat? Und was ist, wenn wir ihn jetzt wieder wach machen? Mit Musik? Nichts, okay. Alles klar. Was ist hier in der Ecke? Kann man da noch hin? Nee. Ja. Harry, dann komm mal. Der Drache, der freut sich. Aber er ist noch so ein bisschen schwerfällig, Hagrid. Deswegen spiele ich nicht so gerne mit ihm. Nimm mal lieber Harry. So, noch mehr Punkte. Oh, jetzt wird's hier aber gefährlich. Ja. So, auch die Biene da oben alles mitnehmen. Los, Fang. Da. Nein! Fang! Fang ist hinuntergestürzt. Genau, wir wollen ja hier diese Laterne immer mitnehmen. So, das sieht aus. Sechs von neun ist es gut. Und die kann man nicht nehmen, ne? Okay. So, was haben wir hier? Oh. Hier. Ich glaube, wir müssen erstmal Wasser holen. So. Oh. So. Jetzt haben wir da Wasser drinne. Und jetzt können wir das auch selber mal löschen. Das... Oder? Hallo? Äh. Oder auch nicht. Warum ist das Feuer jetzt nicht ausgegangen? Was wollt ihr denn noch von mir? Vielleicht eher nur auf eine Stelle erstmal? Guck mal, da sind aber auch noch so Teile mit drinne. Soll ich die auch mitnehmen? Ah, okay. Es war... Es war noch nicht lange genug drauf. Ich verstehe. Es muss ein bisschen länger drauf. Dann geht das Wasser auch aus. Sehr schön. Und jetzt muss ich natürlich nochmal... Fang, hör mal auf, da hinten Stress zu machen. Muss mich um das Feuer kümmern. Oh, das kann nicht wahr sein. So kurz vorm Ausgehen geht mir das Wasser aus. Jetzt geh endlich aus. Na, endlich. Mann, 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 Mann. So, jetzt gibt's fang auch mal Ruhe hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Alles muss man sich hier selber kümmern. So, wir gehen. So, wir gehen. Was ist mit dem Blumen? Okay. Brauchen wir den noch? Ich hoffe nicht. Ich geh jetzt. Noch ein Drache. Will der irgendwie spielen oder so? Ich glaub, der will spielen. Ich mein, im Moment können wir ihn ja noch durch, ne? Aber wir kommen halt nicht weiter. Okay. Was willst du denn? Was will er denn? Ich glaub, wir sollen das dahin machen, wo er hin ist. Das bringt aber nicht viel. Dann mach die mal kaputt. Hier hin. Und jetzt hier hin. Hier hin, kleiner Drache. Jawohl. Und jetzt dahin. Komm. Nochmal, nochmal. Ja, das geht leider nicht. Schade. Na gut. Hagrid. Ich glaub, den können wir nicht runterholen. Nee. Nein, du sollst ja deinen doben Tarn umhangen. Ach, egal. 8 von 9. Nein, jetzt kommt so ein Scheiß hier wieder mit dem Bauen. Ihr wisst ja, dass ich das total gerne mach. Ah. Wie soll ich denn das jemals schaffen, um da rüber zu kommen? Ja, der lässt den ja nicht mal hochschweben, wenn ich das hier machen will. Oder muss ich das da hinten raufbauen? Was mach ich denn jetzt? Ja. Was mach ich denn jetzt? Ja, nun bewegt ihn doch mal, ey. Ich werde hier niemals wegkommen. Ich weiß es schon. Vielleicht sollte ich Hagrid das mal machen lassen. Bringt auch nicht viel, ne? Also ich kann hier... Können wir den mal verschieben? Weil irgendwie backt das hier voll fest gerade. Das kommt noch zusätzlich dazu. Zu dem Scheiß hier. Ja. Hallo. Wer hätte dieses Spiel nicht zu Ende spielen können, wenn das sich hier nicht bewegt. Das ist euch klar, oder? Und wenn wir die jetzt einfach mal rüberholen... Guck mal, da hat sich der eine... Ah! Hat sich der eine wenigstens schon mal bewegt. Ja, bleib mal da. Dann holen wir die jetzt hier rüber. Ja. Ja. Jetzt haben sie sich bewegt. Das ist gut. Der blaue muss weg. Der blaue muss weg. Damit der grüne da hin kann. So. will sie ein bisschen daneben. Ordentlich daneben. Ordentlich, Hagrid. Guck mal, das sieht doch schon mal fein aus. Ich glaube, der rote kommt als letztes. Jetzt kommen die blauen. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Aber es sieht gut aus. Der rote, der ist irgendwie voll verkehrt rum. Oder? Hol dir den lilanen! Hagrid! Hol dir den lilanen! Nein! Du fällst gleich runter. Oh mein Gott. Komm, dann spielen wir fangen. Oder doch Harry. Ja. Oh Gott, Hagrid hat das geschafft. Hagrid kann darüber springen. Und wenn wir das alles so ein bisschen eher hier hin machen. So, weißt du. So. Genau, so. Oh Mann, oh. Ja. Guck mal, die schaffen das. Warum schaffe ich das nicht? Ich verliere alle meine Punkte gerade. Ist mir das auch scheißegal. Schnell Harry spielen. Oh Mann, oh. Nein. Ich hätte es auch lassen können. meine Punkte zu sammeln, wenn hier sowieso alles einstürzt. Und wenn man das so macht, dass man hier auch nochmal schnell auf eine Kante springt. So weißte und so. Ja. Warum denn nicht? Mal, den habe ich jetzt schon mal. Ja, warum denn nicht? Oh, das fackt mich hier echt ab. Ja. Harry, ganz toll. Kann Harry jetzt mal bitte nicht mehr sterben? Ey. Ja, dann eben so. Ganz ehrlich. Ja. So geht es natürlich auch. Hol die mal wieder rüber hier. Das ist eine ganz tolle Idee, den ganzen scheiß Klotz hierher zu holen. Jawohl. Gut gemacht, Hagrid. Und mit Trick 17 sind wir da jetzt irgendwie rübergekommen. Alles klar. da können wir nichts machen. Harry ist tausendmal runtergefallen. Da ist ein Wappenteil. Und noch ein Wappenteil. So, fang. Du bist ja sowieso hier die ganze Zeit am rumnerven. Dann kannst du ja mal puddeln. Ja, ganz toll. Können wir jetzt mal die Wand hier... Entschuldigung, fangen. Können wir jetzt mal hier... Die Wand... Ich will... Ich will da rankommen. Ah. Wie kriegt man das denn mal hin? Bestimmt mit der Truhe. Ja. Pech. Anscheinend. Drachen. Schon wieder. Aber ich mag es machen. So, was haben wir jetzt gemacht? Wer ist das denn? Irgendeiner, der sich da um die Drachen vielleicht kümmert? Ich glaube nicht, dass wir auf unsere Punktezahl kommen, aber ich habe nämlich so viel verloren. Wir gehen aber mal. Was denn? Was war das für ein Geräusch? Weiß ich auch nicht. Und wenn ich da was zum ranmachen hätte, würde ich natürlich tun. Dann würde ich daran auch drehen. Aber so? Naja, gut. Harry! Geh mal vor. Hagrid ist so langsam. Komm, Hagrid. Beeil dich mal. Achso. Weil der unsichtbar ist, passiert dem nichts. Na dann. Da ist auch ein Auge. Das Auge ist irgendwie gruselig. Oh. Oh. Okay. Harry, komm. Kriegen wir die so mit Lumos nicht? Nee. Okay. Aber er kann ja hier unten mal ziehen. Oh, meine Punkte sind da oben. Die werden gleich verschwinden. Schnell, Harry! Kannst du da nicht einfach mal durch? Muss ich denn jetzt... Kann er hier? Hagrid, Hagrid. Hilf doch mal. Äh, okay. Weiß es gerade nicht. Ich glaube, man muss das da oben machen. Äh, wie machen wir uns denn mal unsichtbar? Ach ja, wir haben ja unseren Tarn-Oper. So. Ah, okay. Wollte gerade sagen, weil wir haben ja hier gar keinen, äh, äh... Wir haben ja hier gar keinen Topf, mit dem wir was machen könnten. Ein Trank braun. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Hagrid ist hier unten. Der soll da unten noch bleiben. So. Dann machst du mal nochmal Vingardium Leviosa. Dann helfen wir Hagrid. Ah, okay. Er macht das da unten jetzt auch. Ja, mach mal irgendwas. Tolles. Ach, jetzt geht das hier auf. Hui. Fang. Komm mit. Alter Freund. Du darfst hier irgendwas graben. ganz viele Punkte. Und irgendwas haben wir frei gemacht. Irgendwie muss Harry aber jetzt auch mal, ne? Nee, Leute. Bleibt mal bitte da. Ihr macht mich ganz... Ja, fangt ihr doch mal aus dem Weg da hinterm Baum. Mann. Aha. So, und jetzt haben wir das hier oben auch. Kann Harry da durch? Immer noch. Jetzt aber. Harry kann da durch. Teamwork-mäßig klappt das hier schon. So, und jetzt muss der hier unten das aber nochmal hochmachen, damit Harry da oben steht. Jawohl. Oh, nu? Ah, okay. Okay. Das war ja lustig. So, Level abgeschlossen. Ein Wappen. Kein wahrer Zauberer irgendwie. Das, keine Ahnung. Wir schauen mal. Jawohl. Goldene Steine. Man kriegt ja immer ein wenigstens. Geschichte fortsetzen. Geschichte fortsetzen. Wir sind wieder zurück in Schloss Hogwarts. Kümmern uns natürlich selbstverständlich im nächsten Part von Lego Harry Potter hier rum. Schön, dass wir jetzt wieder zurück sind und die historische Musik aufgehört hat. Wir haben also als erstes die Drachenaufgabe zu bewältigen mit Harry, damit er den Trimagischen Pokal eventuell am Ende sogar gewinnen könnte. Die zweite Aufgabe kennen wir noch nicht, aber wir sind ja auch noch gar nicht durch mit dem Drachenkram. Da kommt noch was. Also Leute, bis dann. Dann, wenn nicht wieder zurück, wir sind erstmalig etwas übernweisst,